Die Piraten um Captain Silver sind gut drauf und veranstalten ein Wettrennen um die Beute auf der Schatzinsel. Wer mit seinem Schiff eine Runde schafft, der findet einen Schatz. Und dieses Wettsegeln hat ganz eigene Regeln. Piraten-Ahoi! Alle Freibeuter fühlen gleichzeitig in ihren Piratenbeuteln nach passenden Gegenständen, um sie auf die nächsten freien Felder im Meer zu legen. Ist eine Reihe voll, wird ausgewertet. Piratenstock! Hat man einen richtigen Gegenstand abgelegt, darf man mit dem Schiff vorwärtsziehen oder man bekommt Gold. Doch bei einem Fehler... Mist, ein Papagei! Das kostet ein Geld! ...darf das Schiff nicht fahren. Nach jeder Runde wird so ausgewertet. Dann geht's wieder von vorne los. Alle eigenen Plättchen kommen zurück in den Beutel. Piraten-Ahoi! Hinschauen, genau fühlen und schnell ablegen. Wenn man gewinnen will, ist Konzentration gefragt. Wer so sein Schiff an der Anlegestelle vorbeizieht, kann richtig fette Beute machen. Captain Silver ist ein temporeiches Tastspiel für zwei bis vier nervenstarke Piraten ab sechs Jahren. Es dauert etwa 20 Minuten und kostet ca. 35 Euro. ... ... ... ... ... ...